hey freunde heisst ihr der thema und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von the legend of zelda tears of the kingdom schon dass ihr wieder eingeschalten habt ich hoffe es funktioniert alles ich hatte jetzt gerade kurze probleme alles aufzuscharten dass ich etwas höre dass ihr den richtigen sound hört und alles und ich hoffe jetzt einfach es funktioniert alles das sollte gehen ich bete jetzt einfach darum dass es funktioniert und das ding hier wir nehmen jetzt einfach mal mit ich will jetzt noch kurz schauen und zwar es gibt ja immer vier schreine eigentlich gibt es immer hier so gesehen wollte ich kurz umsehen denn da haben wir glaube ich gemacht genau wollte ich jetzt eigentlich nicht wo ist die map hier sind das die ne das sind nicht die schreine wollen am see so schreien den schreien haben wir auch gemacht den haben wir auch gemacht die frage ist jetzt gibt es noch einen vierten oder gibt es keinen mehr das ist so meine frage gerade ob es noch einen vierten gibt ich schaue gerade in eine richtung wo einer steht ja das ist schon der hier wo man dann mit der treppe hier wieder runter kommt ja das ist der dort steht einer das ist der und wir hier ist noch ein einfach den hier aber sonst sehe ich eigentlich keinen aber das ist schon meistens sind es doch vier also im btw waren es vier einfach einen grund damit noch ein leben dazu kriegst und so aber ich sehe nichts den haben wir auch gemacht das war der erste ich weiss es nicht gehen wir weiter wollen ja nicht ewig hier auf dieser insel oben sitzen es gibt ja noch unzählige schreine mehr also rennen wir mit rauru die nun so genannten sona bauteile sie waren die kernstücke unserer technologie dank dieser bauteile konnten wir unsere zivilisation aufbauen und wurden mächtiger als je zuvor wenn du diese technologie klug einsetzen klug einset einsetzt sollte das eigentlich heißen höchstwahrscheinlich was wenn du diese technologie klug einzusetzen verstehst aha ich habe es falsch gelesen steht auch dir eine gewaltige macht zur verfügung ok wir haben hier eine startrampe wir müssen hier den vogel draufsetzen oh er rutscht los also können wir jetzt einfach hier drauf stehen und fliegen oder gleiten oder gleiten er gesagt ist ja richtig nice wir gleiten einfach so dahin aber einen vierten schrein sehe ich nicht das ist spezial aber äh kommt das überhaupt gut spring ab blink nein nimm nicht dein ernst oder oh mein gott und wir liegen wieder hier ja das ging schief dann machen wir nochmal eine flugpartie der ist glaube ich sogar auch besser ausgerichtet und würde mich nicht so blinken lassen im richtigen moment abspringen aber das ist halt schon sehr nice wie das ja aussieht keine ahnung was das da drüben ist fliegen wir mal weiter fliegen wir mal weiter und ja komm besser hier abspringen besser jetzt als nie uff nochmals gut gegangen nein jetzt bitte nicht Link jetzt bitte nicht ertrinken so schwimmen wir da rüber und gehen endlich in der neunten folge von der von der Trenningsinsel runter ich habe gerade gedacht ich ertrinken oi oi das wird dann kritisch gewesen jetzt da noch am Schluss kurz vor Ziel ersoffen das wäre anders belastend gewesen so dann klettern wir hier hoch dann rüber dann hier hoch so dann sollte das jetzt funktionieren untersuchen das Ding öffnet sich perfekt wir können endlich weiter die verschlossene die verschlossene heo ich kann das nicht lesen ok das sieht sehr spannend aus was ist dies was ist dies bergian ja ha 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 sind wir hier oh selten was macht jenen hier was macht jenen hier oh Vielen Dank. War das gerade das vierte Licht, das wir gebraucht haben? Was ist denn das? Oh, was bewirkt das? Und sie verschwindet einfach. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber schauen wir mal weiter. Zeitumkehr. Mit dieser Feigheit kannst du die Zeit zurückdrehen, um die Platzierung oder Bewegung eines Gegenstands umzukehren. Du kannst die Zeitumkehr jederzeit anhalten. Okay. Feigheit, die Bewegungen eines Objektes rückgängig zu machen, man nennt sie Zeitumkehr. Und Zelda ist verschwunden. Hm. Hm. Aber ich bin mir sicher, dass du diese Feigheit nicht ohne Grund erhalten hast. Suche nach Zelda. Äh, falsches Ding. Das kann man ja zuerst ausrichten. Zurückdrehen. Oh. Ah. Ah. Es wird hier. Oh. Dann. Da rüber. Dann. Das wird dann zurückzett. Das wird dann zurückzett. Hup. Okay. Die Statue der Göttingen zeigt ein mildes Lächeln. Nicht da. Öffnen. Ah, ich kann durch. Okay, es gibt schon einen vierten Schrein, aber keine Ahnung, wo der ist. Dann öffnen wir mal das... Überleben wir das? Ne, tun wir nicht. Hm. Hm. Dieses Tor stellt deine Lebenskraft auf die Probe. In deinem geschwächten Zustand ist es fraglich, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Es existiert aber noch ein weiterer Schrein auf dieser Insel. Wenn du seinen Segner erlangst, könnte es genügen. Sag mir das doch vorher! Ah. Jeder Schrein hüte dein Segenslicht. Wenn du dieses sammelst und der Göttin darbietest, wirst du wie möglich gesegnet. Hm. Bitte zeig mir dein Pura-Pad. Das Pura-Pad verfügt dir bei einer Teleportationsfunktion. Siehst du die blauen Symbole auf der Karte? Ja. So dass du dich jederzeit zu diesen Symbolen teleportieren kannst. Nötest du die Teleportation-Funktion, um den Verbleibungschrein zu finden. Ah. Der Drecksack steht dort. Dann... Teleportieren wir uns hier hin. Ja. Dann mal los. Warum sagen sie das einem nicht vorher? Das checke ich überhaupt nicht. Gut. Ist das ein Schrein, der irgendwie gerade am Anfang steht? Ja. So wie es aussieht. Höchstwahrscheinlich... Ah. Jetzt begreife ich. Jetzt kann man hier höchstwahrscheinlich dann hochklettern. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwie sollte man nachher hier hochklettern können. Komm schon Link. Okay Link ist nicht fähig hier auf dieses Podest hoch zu klettern. Hä? Wie soll man denn da rüberkommen? Wenn man nicht auf die Sprungplattform hochkommt? Nicht hier hoch? Ne, tue ich auch nicht. Hä? Meine Güte. Manchmal ist das Spiel schon verwirrend und sagt dir aber wirklich manchmal gar nicht, dass du tun sollst. Äh, muss ich hier hoch? Warum schau mal auf den Link, diesen leichten Absprung hier nicht? Äh, wie soll man denn das machen? Die hier? Ne. Huh? Wie soll ich denn da rüberkommen, wenn ich da nicht mal hochklettern kann? Ich kann ja nicht mal... Hm. Ich bin schon wieder im Wasser gelandet. Ich kann ja nicht mal... Gut, vielleicht könnte ich hier rüber springen. Ich bringe das mal zurück. Spring dann da. rüber, okay. Ne, geht nicht. Das ist zu weit entfernt. Da kommt man nicht rüber. Wie soll man denn das schaffen? Und so etwas von verwirrt. Weil der Schrein ist ja... Oder ist der Schrein da drüben? Ah, ich hab's doch keine Ahnung. Ich möchte eigentlich da rüber, aber wie will man da hochkommen? Es ist so belastend. Oder ich bin einfach zu dämlich, aber... Es wird zweifelig sehr stark. Wenn ich zu blöd für diese Aufgabe bin, aber... Wieso man denn da hochkommt, wenn man nicht hochklettern kann? Und nicht rüber springen kann? Dann müsste auf diese Plattform hier hoch... Da hoch müsste man... Oh mein... Okay. Okay. Ja. Ich... bin manchmal ein bisschen... Nimm der Spur. Nee, ich... Hm. Ich will nicht zurück. Ah, manchmal... Es ist einfach wirklich einfacher, als man denkt. Aber ich denke natürlich zu weit. So, jetzt kurz warten. Dann hier rüber. Hier hoch. Komm schon, Link. Gib Gas. Gib Gas, Link. Hopp. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Yes, wir sind drüber. Dann gehen wir wieder die Farbe zurück ins Bild. Dann rennen wir mal hier durch. Mal schauen, wo uns das hinführt. Zum vierten Schrein. War ja logisch. Wohin sonst? Was ist das hier? Das ist eine Batterie-Maschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir Sonau Energiekristalle. Ja, das möchte ich. Die Produktionen werden mindestens 100 Sonnenergiekristalle benötigt. Hör zurück, wenn du über die erforderliche Anzahl verfügst. Ein Hinweis zum Sonnenium, das benötigt wird, um Sonnenergiekristalle zu gewinnen. Die Vorräte dieser Rinsen sind nahezu erschöpft. Vermutlich reichen sie nicht für den Bau einer einzigen Zusatzbatterie. Falls du mehr willst, musst du in fernen Tiefen des Landes suchen, wo Sonnenium einst auch abgebaut wurde. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt in einen geheimen Schrein rein. Machen wir den noch kurz. Meine Güte, war das wieder eine Arbeit, hier hinzukommen. Oh, der ist ja richtig widerlich, der Schrein. Dass er hier ist. Um an wirklich nochmal zurück zu kommen. Oh mein Gott. Umkehr. Ja, jetzt wird das Umkehr-Ding noch. Gut, dann müssen wir es so machen. Haben wir noch gerade... Ja, aber ich bin zu früh. So, jetzt umkehren. Wir springen jetzt hier hoch. Da rüber. Wir springen hier hoch. Boah, das war knapp. Holen wir uns hier die Kiste. Zack. Holzpfeile. Wow. Holzpfeile. Das hat mir ja jetzt gerade wirklich sehr viel gebracht. So, jetzt wird's warten. Die Zeit zurückdrehen. Ein bisschen chillen. Lettes Tor auch einmal noch auf. Oh. Sie müssen perfekt auf einer Linie sein. Ah. Jetzt. Yes. Perfekt. Okay, das ist jetzt noch lustig. Das war jetzt noch lustig. Oh, Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bisher hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort eruht. Yes. Das letzte Licht, endlich. Perfekt. Das letzte Masmir ist, glaube ich, auch gewichen jetzt. Segenslicht. Perfekt. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Perfekt. Letzter Schrein auch noch abgeschlossen. Er hat sich gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schau doch gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, bei Modern Warfare 2, oder bei Hogwarts Legacy, oder bei Roblox Stores. Und natürlich gesagt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Epping halfues bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020